Ich finde Elon Musk schon deswegen so toll, weil du da siehst, dass man das, wenn du genug Geld hast, ist eine richtig gute Haartransplantation auch machbar. Ja, der hat sich Haare transplantieren, das sieht super aus, finde ich echt. Dann startet er noch Mondraketen, das finde ich auch vollkommen normal, das ist ein seriöser männlicher Wunsch. Ich habe so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass alle Dinger, die du als Kind, die als Kind in dir drin waren, ich fahre mit elektrischen Autos, ich lasse eine Rakete steigen, dass er sich das konsequent ihm hier und jetzt verwirklicht. Du meinst, er ist über die Lokführerphase schon hinaus? Ja, der ist über die Lokführerphase hinaus, aber nicht über die Astronautenphase und auch nicht über die Rennfahrerphase. Okay.